Wie viel? Schnell! Was? Es ist für meine Frau. Oh, äh, 20 Schäkel. Fein. Was? Da, bitte sehr. Moment mal. Was? Ja, wir müssen erst feilschen. Nein, 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 ich muss schnell... Was machen Sie mit nein, nein, nein? Ich hab keine Zeit für... Dann geben Sie ihn zurück. Nein, nein, ich hab ihn bezahlt. Bert? Ja? Dieser Mensch will nicht feilschen. Will nicht feilschen? Also gut, wenn's denn sein muss. Na gut, hören Sie, ich will 20 dafür. Sie haben sie gegläft? Wollen Sie selbst behaupten, er wäre nicht 20 Schäkel wert? Nein. Ziehen Sie sich das an, fühlen Sie die Qualität, das sind keine Ziegenhaare. Gut, dann gebe ich Ihnen 19 dafür. Oh, nein, 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 kommen Sie, so macht das keinen Spaß. Was? Feilschen Sie, wie ein Vernünftiger Mensch ist doch keine 19 wert. Sie sagten gerade, er wäre 20 wert. Oh, meine Güte, meine Güte. Los, kommen Sie, feilschen Sie. Na schön, ich geb Ihnen 10. Schon besser so. 10? Sie wollen mich wohl beleidigen, Mann? Mich mit einer im Sterben liegenden Großmutter 10? Na gut, dann geb ich Ihnen 11. Ja, so geht das. Er sagt 11, hab ich richtig gehört. Er sagt 11 und mich hat er 12 gekostet. Wollen Sie mich ruinieren? 17. Nein, 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 17. 18? Nein, nein, Sie sind bei 14. Na, dann geb ich Ihnen 14. 14? Das soll doch wohl ein Witz sein. Aber wieso? Sie haben gesagt, ich soll das sagen. Sagen Sie mir, was ich sagen soll, bitte. Offreden Sie mir 14. Ich gebe Ihnen 14. Hört ihr, er will 14 Zahlen für dieses Stück. 15. 17, mein letztes Wort. Und keinen Pfennig weniger, oder mich soll der Schlag treffen. 16. Gemacht. War nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Hey, hören Sie mal, ich geb Ihnen das hier noch dazu. Ich will es nicht, trotzdem danke. Ja? Oh, gut, einverstanden, einverstanden. Wo sind die 16, die Sie mir schulden? Ich gab Ihnen gerade 20. Oh ja, natürlich, dann schulde ich Ihnen 4. Nein, ist schon gut in Ordnung, lassen Sie es so. Ich hab sie irgendwo. Nein, die 4 für die Flasche. 4? Für diese tolle Flasche? 4? Ziehen Sie sie an, sie ist 10 wert und dabei zahle ich noch zu. Aber Sie haben doch gesagt, Sie wollen sie mir schenken. Ja, aber wert ist sie 10. Also gut, also gut. Nein, 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 sie ist keine 10 wert. Sie müssen mit mir streiten. 10 für diese Flasche, Sie müssen verrückt sein. Naja, wer nicht will, der hat schon.